Hans Dominik – Atlantis Ein klassischer Science-Fiction-Roman Kapitel 33 Das donnernde Dröhnen aus dem Fernsehgerät war verklungen. Der Bildschirm zeigte eine undurchdringliche Staubwolke, die sich nur ganz langsam verzog. Der gematerte Apparat hatte hergegeben, was die überanstrengten Röhren herzugeben vermochten, und es war zweifellos eine menschenfreundliche Tat, daß ein Ingenieur der Kanalgesellschaft auf einen Wink von Guy Rose abschaltete und Ruhe im Saale schuf. Noch stand Austin Parker, der Präsident der Union, benommen von diesem Trönen und Tosen, das doch nur einen winzigen Teil jenes Donners darstellte, den die Sprengung am Isthmus selbst erzeugt haben mußte. Guy Rose trat auf den Präsidenten zu und reichte ihm selbst ein Glas Sekt, hielt ein anderes in der Hand, erhob es und sprach zum Präsidenten, zu den Staatssekretären, zu den Herren der New-Kernel-Company. »Herr Präsident, meine Herren, ich erhebe mein Glas und bitte Sie, mit mir anzustoßen und zu trinken auf das glückliche Gelegen unseres Werkes, jenes großen, die Völker, Länder und Ozeane verbindenden Werkes, dessen erste Etappe nun glücklich vollendet ist. Wir haben den Donner der Explosion hier vernommen und die gewaltige Sprengwolke gesehen. Mit Lichtgeschwindigkeit sind Klang und Bild zu uns gekommen und haben uns erzählt, daß der Sprengstoff seine Arbeit begonnen, auf der ersten Etappe vollendet hat. Nach diesem ersten Schritt habe ich keinen Zweifel mehr, daß auch die Sprengung der weiteren Etappen glatt verlaufen wird. »Auf das Wohl des neuen Kanals, meine Herren!« Mr. Rose brachte sein Glas an die Lippen und veranlaßte durch sein Beispiel, die anderen Herren, das Gleiche zu tun. Guy Rose sprach weiter. »Herr Präsident, meine Herren, die Sprengung der anderen Etappen nimmt, wie Sie alle wissen, geraume Zeit in Anspruch. Darf ich Sie bitten, auf einen kleinen Imbißgäste der New-Kernel-Company zu sein.« Noch während er sprach, öffneten sich geräuschlos die Flügeltüren zum nebenliegenden Raum. Eine weißgedeckte Tafel im Schmuck von Kristall und Silber. Die auserlesensten Delikatessen der Jahreszeit. Nach den Aufregungen der letzten Viertelstunde kam seine Einladung nicht unangebracht. Man setzte sich, man griff zu und suchte die durcheinandergewibbelten Nerven mit körperlicher Stärkung wieder in Ordnung zu bringen. »Gott sei Dank«, sagte der durch seinen Sarkasmus bekannte Staatssekretär des Äußeren. »Gott sei Dank, daß der Fernseher schon beim ersten Mal in Stücke gegangen ist. Wir verzichten auf das Vergnügen, einen anderen hinzustellen und den Skandal noch einmal zu hören.« Das kalte Lächeln um Guy Roses Lippen verschärfte sich. »Ganz meine Meinung, Herr Staatspräsident. Auf Ihr Wohl!« Auch die Züge des Präsidenten Parker gewannen allmählich die alte Ruhe wieder. Da schrillte das Telefon. »Mitteilung aus dem Weißen Haus für den Herrn Staatspräsidenten. Nachricht von den Patrouillenflugzeugen. An die Regierung. Die ganze Kanaltrasse auf einmal gesprengt, von Collin bis Paloma, alles in die Duft geflogen.« Starr wurden die Gesichter der Regierungsmitglieder. Totenblässe überzog die Züge aus den Parkers. Es dauerte Minuten, bis er sich sammelte und widersprechen konnte. »Unmöglich! Wie konnte das geschehen? Undenkbar! Unglaublich! Die Folgen werden, können entsetzlich sein. Ich lehne jede Verantwortung ab. Wie konnte das geschehen, Mr. Rose?« Guy Rose war aufgesprungen und trat auf den Präsidenten zu. Fest und laut klangen seine Worte durch den Raum. »Herr Präsident, die Sprengung ist gemäß den Befehlen der Regierung angeordnet und ausgeführt worden. Zeugen dafür sind vorhanden. In erster Linie der Chefingenieur Smith, der den Befehl erhalten hat. Ich schlage vor, ihn herkommen zu lassen. Die einzige Erklärung, die ich für das sonst unerklärliche Vorkommnis habe, ist die, daß der Druck der explodierenden Minen auch die Nachbar-Etappen zur Explosion gebracht hat. Sie erinnern sich, meine Herren, daß einige Sachverständige auch derartige Befürchtungen ausgesprochen haben, die wir, ich möchte jetzt sagen, leider, als zu abwegig unbeachtet ließen. Wie lautete die Nachricht? »Die ganze Trasse auf einmal gesprengt. Ich sehe in diesen Worten keinen Grund zur Beunruhigung. Die Nachricht besagt nur, daß die Sprengung auf einmal erfolgt ist. Kein Wort davon, daß die schlimme Befürchtung, die man an die gleichzeitige Sprengung knüpfte, eingetreten ist. Er machte eine wegwerfende Bewegung. Jene lächerlichen Befürchtungen europäischer Gelehrter, die nächsten Minuten werden uns Gelegenheit geben, warten wir es ab.« Ein gedrücktes Schweigen anstatt einer Antwort. Der Präsident stand in flüsternder Unterhaltung mit dem Staatssekretär des Äußeren. Niemand schien die Sorglosigkeit von Guy Rose zu teilen. Minuten vergingen. Der lastende Druck erreichte den Höhepunkt. Die Nerven alle zum Äußersten gespannt. Die nächste Nachricht? »Da! Ein neues Signal! Fernsprechnachricht, direkt vom Kanal an die Gesellschaft!« »Alles gut verlaufen. Kanal gefüllt. Befürchtet es nicht eingetreten!« Das alte Lächeln war wieder auf Guy Roses Gesicht, gab seinem Antlitz das Gepräge zufriedener Heiterkeit. Er sprang auf, wollte sprechen. »Ein neues Signal! Telefonnachricht an die Regierung von den Patrouillenflugzeugen, die gleiche Nachricht, die soeben von der Kanalverwaltung gekommen war.« Strahlendes Lächeln lag jetzt auf seinem Gesicht. Er ergriff sein Glas und erhob sich. »Meine Herren! Da haben wir's! Unnötig alle Angst und Sorgen! Im Gegenteil! Ich weiß nicht, ob ich den Zufall, der hier gewaltet hat, glücklich oder unglücklich nennen soll. Dem amerikanischen Volke, der amerikanischen Volkswirtschaft, sind große Kosten, etwa fünf Milliarden Dollar, erspart worden. Diese europäischen Befürchtungen, daß der Mückenstich unserer Sprengung den ganzen Isthmus zerreißen könnte, sind durch die Ereignisse widerlegt, sind hinfällig. Glänzend gerechtfertigt stehen unsere amerikanischen Gutachte da. Meine Herren! Ich trinke auf den glücklichen Zufall und seine glücklichen Folgen. Ein Werk von weltgeschichtlicher Bedeutung ist geschaffen.